Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil 4 und ähm... Joa, jetzt weiß ich wie man die Secret-Scene auf jeden Fall herbeirufen kann. Ich kann nur eins verraten, ich glaube nicht, dass wir das überleben. Deswegen ignoriere ich jetzt alles. Wir müssen zum Dock. Wir schießen auf die Fische. What the fuck? Ja. Okay. So viel dazu. Der Boss ist ne harte Nummer. Der mag uns nicht. Ihr habt gesehen, der Lago macht einen kurzen Prozess mit uns, wenn wir es so angehen. Oh. So. So, dann wollen wir mal zu Lago gehen. Aber erstmal nehmen wir noch was Schönen. Grüne Kraut, weil... Ja, Leon ist ja ein ziemlich drogensüchtiger Typ. Das sieht man ja schon an seinen Augen. Die waren ja so komisch rot, wo der Bürgermeister uns in seinen Würgegriff gehabt hat. Okay. Jo, dann nehmen wir das Boot und schießen nicht ins Wasser. Whee! Eine Bootfahrt, die ist lustig. Eine... Was mach ich da? Warum aussteigen? Ich will einsteigen. Yeah! Eine Bootfahrt, wie ist lustig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Oder die? Oder die? Oder da? Und wir werden rüberfahren. Und da kommt gleich ein Monster. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Nein! Bloß nicht! Alter. Wow, 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 wow! Alter! Ah! Schwimmen, 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 schwimmen! Der kommt, der kommt, der kommt! Wow! Aber das war so mies. Konnten da nämlich nicht ausweichen. Wow. Wäääh. Wow, 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 wow. Alter. Du spinnst doch. Alter, was ist das für ein Assi? So Assi war er noch nie. Schwimm. Er ist in Noten, er ist in Noten, er ist in Noten, er ist in Noten. Alter. Wir sind im Arsch, also her mit dem Barsch. Ich glaube, wir müssen gleich noch eine neue Bärsche kaufen. Ist der, da ist der. Alter Ja Ja, voll Alter So Ich hoffe es schmeckt dir Alter der hat das Scheiß Bodum Geschmissen Alter so schwer hatte ich es noch nie gegen den Nein Wo ist er Wo ist er Junge Oh da 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 komm da Alter Junge Du hast einen Pfeil im Arsch Was ist das Oh 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 Hier und hack dir das Bein ab Oder du musst sterben Bein ab oder du musst sterben Naja so geht's auch Dass der sich dabei nicht selbst schneidet Ne Und ab Der Lago ist tot Oh 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 Oh, Endekon Kapitel 1, 3, aber wir sind noch lange nicht fertig. Na gut, meine Präzision war richtig mies, scheiße und so. Schon der elfte Speicher? Ja, hör auf auf die Daten so lange zu zugreifen, Mann. Es ging auf der PS2 ja noch schneller. Ah, ah! 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 Leon, es ist sechs Stunden seit unserer letzten Transmission. Ich habe mich zu bemerken. Du meinst nicht schuldig? Ich habe angefangen zu fühlen, und dann muss ich die Bewusstsein verloren haben. Die Bewusstsein? Vielleicht hat das eine Verbindung zu dem, was der Stadtprinzip gesprochen hat. Ich kann es nicht sagen. Aber ich bin jetzt okay. Ich werde meine Mission fortsetzen. Ich bin noch nicht mehr gesund, mein Freund. Anonymer Brief Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen? Gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien? Ach Vorsicht! Der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort ein L-Gigante. Sei also auf der Hut. Was? L-Gigante? Und was in deinem Körper passiert? Ich würde dir helfen, wenn ich könnte. Aber ich bin überfordert. Es war wohl eine Nachricht von Louis. Der hat Zeit gehabt, eine Notiz hier hinzulegen, aber keine Zeit, um uns zu wecken. Also toller Freund ist es. Und? Was ist denn das? Wie dreckig. Ja, also da möchte ich nicht drin schlafen wollen. Speichern wir, weil wir es vorhin nicht getan haben. Nein, wir haben nicht gespeichert. Das ist eigentlich sinnlos zu speichern, weil wenn wir sterben können wir... Speichern ist nur dafür da, um wenn man jetzt aus dem Spiel geht, dort wieder anzufangen. Wir wollen aber noch nicht aufhören. Wir wollen weitermachen. So, muss ich da durch. War das mein Ziel? Wie? Wie? Was geht mit dir? Alter, ich glaub dir geht... Geht's nicht gut. Nee, ist nur gut, ne? Aber wir haben eine einfache Methode, mit diesem Typen fertig zu werden. Alter! 5.000! Alter! Geh mir! Nicht auf den Sack! Ihhh! Du, du, du mutierst, du Mutant! Warum? Warum machst du das? Warum tust du das dir an? So, ab jetzt... Ich glaube, nachts passiert es, dass die, äh... Wenn man sie enthauptet... Halt so komische... Ja... Tentakelköpfe haben... Okay... Wir haben... Mutantenprobleme. Ja, die sind so... Mutantenhaft. Und... Ach du Scheiße. Es dauert nur noch ein bisschen, bis wir es schnell befreien können. Und ich hol mir jetzt demnächst vom Händler wirklich das Scharfschützengewehr. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt. Das weiß ich, denn... Konnte ich besser Ziele treffen. Solche Ziele zum Beispiel. War da nicht noch eins irgendwo? Ja, da komm ich nicht hin. Oder ran. Seilen wir uns mal ab. Lassen wir mal einen abseilen. So, unsere Leon. Ob das ihr was wirkliches denkt. Das schmeißt doch tatsächlich jemand mit... Sachen. Dann die... Bums. Der Plumsack geht um. Oh. Wurde auch nicht mehr. Hier, das ist nämlich ein... Schöner Ort auch, um ähm... Feinde von dem das abzuhalten. Hallo. Hallo. Schwenk zurück. Ja, danke. Schöner Wasserfall übrig. Oh, da ist noch Moni. Also hier werde ich auf jeden Fall jetzt Munition sparen. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich hier gehockt und mit dem Raketenwerfer, also mit dem Endloswerfer hier gehockt und hab die, wenn die hochkamen, einfach mal in den Kopf geschossen. Sah lustig aus. Guckten so und dachten sich nur noch, ach du Scheiße. Haben wir eigentlich alle Schätze? Da drüben ist ein Schatz. Und wir haben tatsächlich zwei Schätze vergessen. Okay, die holen wir noch. Die zwei Schätze holen wir uns noch. Dass wir die vergessen haben... Dafür... Kann ich nicht. Es passiert halt mal. Und äh... Licht habe ich vergessen. Okay, jetzt haben wir... ...und über Gansel. Wo war das hier? Ja, es war hier, wo ich hochgeklettert bin. Ist aber kein Gegner, oder? Wie soll ein Gegner rum? Nee, er ist Paletti. Unschönes grünes Kraut gesammelt. Gehen wir nochmal runter. Haben wir jetzt alle Fische versenkt? Nee, noch nicht. Da ist noch eins. Hier hoch geht's also auch. Joa, betätigen wir den Hebel. Kann ja nicht schaden. Das kann ja nur etwas öffnen. Ah ja, hinterm Wasserfall hieß es doch. Wo ist die Höhle auf der anderen Seite oder wie? Okay. Oh. Fuck. Alter, nein. Nein, das wird jetzt etwas länger dauern. Alle nacheinander. Das kommt jeder mal dran. Alter, was eine Versammlung. Ey. Alle nacheinander, Jungs. Ah, da kommt jetzt einer. Ich dachte schon, ihr wolltet nicht mehr. Könnte man jetzt schön eine Granate runterschmeißen. Haben wir eine? Wir haben tatsächlich eine. Wir haben tatsächlich eine. Alter. Na gut, ich hätte die Granate nicht gebraucht. Eigentlich. Warte mal. Hier ist, hier ist, hier ist, hier ist irgendwo eine. Auf der anderen Seite ist, äh, also hier, da drüben, wo ich jetzt hinspringe. Ja, genau. Und da ist ein Schatz. Genau da oben. Seht ihn. Blinken. Ich weiß genau, was das ist. Das ist wieder so ein Auge oder so. Oh, ein Bärensteinring. Okay, ist auch okay. Alter, der hat mich genau ertroffen, der Arsch. Mit seinem Wurf. Das kann er doch... Kann er vergessen. Oh. Eine Runde Insignien nehmen. Jopp. Ist das eine Abkürzung? Ich habe ein Objekt bekommen, das an den Kultgruppen Insignien betreut. Wunderbar, Leon. Geh zurück zur Kirche. Ashley, Sicherheit ist unsere allgemeine Priorität. Auf zurück zu Ashley. Ich will aber noch speichern. Ich will nicht weiterspielen, wenn ich will speichern. Ah, dazu komme ich sogar jetzt. Wir können mit dem Boot hier raus. Und dahin. Und jetzt wisst ihr genau, wo ich bin, ne? Ich bin beim Händler. Genau. Da wisst ihr Bescheid. Und der Händler wird mir jetzt was Schickes geben. Ja, 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 ich weiß. Panischer hole ich mir jetzt. Damit du endlich Ruhe gibst. Die Waffe ist aber scheiße. Die werde ich nicht haben. Kannst du auch wiederhaben. Na, geh mal hin. Panischer. Warum hat die Panischer 1,1 jetzt? Aber ganz ehrlich, das ist eine Pistole. Und eine Pistole ist nicht viel... Also ich habe eine bessere Pistole. Sagen wir es mal so. Ah, ja, ja, ja. Ich will die High Prime. Was hast du denn? Erstmal, wenn du hättest. Erst-Hilfe-Spray, aber du hast nicht. Sturmgewehr. Ist das alles? Zielfernrohr. Brauchen wir. Ich würde hier gerne tunen, aber... Mir verkaufen will ich nichts. Okay, Leute, ich speichere und beende den Part. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zwineta.